Wir sind im wunderschönen Stadtteil Altona Altstadt. Ich bin hier groß geworden, bin hier aufgewachsen, wurde hier in der Hauptkirche Sandsvinitatis konfirmiert. Eine wunderbare Kirche mit einem lächelnden Christus. Altona Altstadt ist ein Wohngebiet, ein großes Wohngebiet, welches leider im Krieg nahezu komplett zerstört wurde. Dann wieder neu aufgebaut, die neue große Bergstraße, bekannt für Altona Altstadt in der Nähe zum Altona Bahnhof, also zu unserem Stadtbahnhof. Und hinter mir sehen Sie den jüdischen Friedhof an der Königstraße. 1611 begründet, ist er, hoffen wir, bald Weltkulturerbe. Altona Altstadt, ein Stadtteil, ein vielfältiger Stadtteil mit wahnsinnig spannenden Menschen. Einer der schönsten Stadtteile im Wahlkreis Alton. Und hinter mir sehen Sie die Aussie im Wahlkreis Altona twenties im Wahlkreis Altonaalaise. Die Aussie im Wahlkreis Altona ist ein sehr schönes Gesetz.